Wir sind zwar auch ein bisschen abseits gespawnt. Don't jump, man! Don't jump! Wie sie alle auf Lächeln sind, ey! Ohhhhhhhhhh! Dude, you killed my bro! That is not nice. Was überlebt den Selbstmordsturz vom Dach und wird dann noch von irgendeinem Hippie abgeknallt, ey! Oh, okay! Oh, diese. Oh, er kommt zurück. Hm, was köpt man doch noch? Oh, der fällt da rein. Blin! Blin! Das ist ja auch noch. 2 Be careful Voll der Pacquopro. Pacquopro hier am Werk. Oh, da ist noch ein Pickup. Hey, hey, hey. And one. Yo! I know you too. You're my friend. You're in the gymnastics, dude. You have to stress the legs. You have to stress the legs. And one. What the f***? What the f***? Best best job. Get ready. I'm getting ready. F***. F*** the legs, guys. Don't hate me, please. Stay with us. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh my god. Something good. Summit is it. Summit is it. Summit is red. It's red. He tags it. Let's go. Oops, bock. I'm shooting out until I die. I'm getting ready forன. It's not a habit. May be prepared as you are. I had to be prepared. Just.. Okay, da hinten ist noch einer. Ansonst niemand. Gut. Alles clear, soweit. Alles clear, soweit. Alles clear, soweit. Alles clear, soweit. Ja, pass auf, da ist einer. Kommt ja auch jemand. Oh, 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 zwei, das ist nicht gut. Okay, da kommt gut. Das ist perfekt. Da kommt noch einer. Wie viele hier auch schon wieder sind. Ey, 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 ey. Hier hinten ist noch einer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fall dich auf die rein, ey. Ah, gut, die Safe Zone ist außerhalb von Cranberry. Da kommt jemand. Die hauen schon ab, die meisten. Oh, da ist noch einer. Hallo, ich bin Mist. Nope. What? Sup, Bro? Come here. Yeah, I know. Ich hätte fast vergessen aufzunehmen. Das sind wieder ordentlich Leute hier gespawnt in Cranberry. Okay. Keine Schaufeln, das ist nicht optimal. Nicht optimal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay, dahinten ist schon unser erster Kandidat für heute. Das ist ja. Dann sind wir mal ein Ohren, mal eingebaut. ... ... Oh ja, der will sterben, der will sterben. Keine letzten Worte. Wie bedauerlich. Oh, das ist ein Auto, wa? Ah nee, das ist ein... Der ist... Totale Mimer. Lasst euch diese Leiche eine Warnung sein. Fuck, Cranberry ist in der Safe Zone. Nee, auch gut, nee, auch gut. Ich jucke den jetzt mal schnell. Das war Risiko, sowas, ne? Aber gut, ich hab ja irgendwo auch keine Wahl, ne? Wenn der da Medikits und so hat... Was stimmt, würde ich hier... Ne, man, nein. Ich wollte halt ja gar nichts, ey. Hat es ja gar nicht gelohnt, ihn zu töten. Zolzolzolzolzolzolzolzolzolzolzolzolz... Sorry, dude. Aber wieso nur einen Hit immer? Heilen die sich nicht, oder was? Ich verstehe nicht so recht, wieso die man mit nur einem Schuss umfallen, weißt du? Ja, sieben Medikits. What the fuck, ey. Oh, schon können wir sie mitnehmen. Und jetzt? Ne. So, jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Sehr gut. Ich meine, es könnte sein, dass ich einen Headshot gemacht habe, aber das ist... Ja, so irgendwie, das ist ein bisschen komisch. So, da haben wir jetzt schon zwei auf dem Gewissen. Genauso muss das laufen. So, das Gas ist schon am südlichen Ende der Stadt gleich. Oh ja, schön, wir gehen da hin. Ich bin ja vom Dach gerutscht. Oh, shit, der könnte mir Probleme machen. Let's see how much blood's in ya. Ich bin ja vom Dach! elch! Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020